Es ist grundsätzlich keine gute Idee, eine Flüssigkeit, oder meinetwegen auch ein Gas, zu erhitzen, wenn man geschlossenen Behälter hat. Und inspiriert dadurch, dass wohl hier auf dem Zeltplatz uns gesagt wurde, ich darf Leute, die versucht haben, eine Dose Ravioli warm zu machen, ohne die Dose aufzumachen. Moment, das ist schon Hammer, ne? Mehrmals am Tag. Verschiedene Leute. Ja, zum Glück, das wäre ja noch tragischer ansonsten. Wahnsinn, Druckkochtopf. Also erstmal passiert natürlich nichts, solange die Flasche offen ist, kann das Gas noch entweichen. Alles noch genug gehen, ja. Die Flasern geht anders, ne? Ja, das ist weg. Ja, das krieg ich da, wenn ich da. Das ist weg. Aber das ist so flüssig, dass man fließt. Ja, das macht schon kalt. Ja, das ist möglich. Okay, sobald ich den Stopfen drauf habe, waren wir so fünf, sechs, sieben Sekunden. Und dann werdet rumpsen. Das ist schon ein bisschen laut, ne? Aber, okay, Achtung. Wir können es zu. Achtung. Und zwei. Und zwei. Und. Das geht zu Nunk. Worst Kame. Silence! Zum Fünften Mal überlebt.